Meine treue Lumix G81 ist defekt. Oder vielleicht doch nicht? Lege ich meine Speicherkarte hier ein, dann erscheint auf dem Display keine Speicherkarte erkannt. Egal ob ich hier eine MicroSD-Karte mit Adapter nehme, eine normale Karte, ich kann nichts mehr aufnehmen. Doch wieso ist das überhaupt passiert und wie kannst du das verhindern? Leider war ich so dumm, das muss ich zugeben und ich habe hier eine SD-Karte mit einer Beschädigung eingelegt gehabt. Diese steckte dann hier im SD-Slot fest und ich musste sie mit Gewalt und Kraft mit einer Pinzette hier rausziehen und dabei ist der SD-Slot dann beschädigt worden. Aber was genau heißt denn jetzt eigentlich Beschädigung? Dazu habe ich die SD-Karte einmal genau in die Lupe genommen. Hier siehst du die Metallkontakte und dazwischen auch die feinen Plastikstreben. Einer dieser Streben war locker und das ist der Grund gewesen, wieso sich die SD-Karte hier im Slot verkeilt hat. So, also wie vermeidest du das jetzt bzw. wie minierst du das Risiko, dass dir das nicht passiert? Schau dir dazu deine SD-Karten regelmäßig an und hinten bei den Kontakten gibt es solche Plastikstreben. Dazwischen schau dir an, ob die locker sind. Wenn da einer locker ist und sich bewegt, dann vergiss die Karte lieber. Das ist das Risiko nicht wert. Was du mit modernen Geräten und Kameras aber auch machen kannst, die haben seitlich hier einen USB-Anschluss und darüber kann man sie mit dem PC verbinden. Dann kannst du da direkt drauf zugreifen und musst die SD-Karte nicht jedes Mal ausbauen. Das minimiert das Risiko zwar enorm, ist aber ziemlich unbequem. Meine Lumix S5, mit der ich hier gerade aufnehme, die hat übrigens ganze zwei SD-Karten Slots. Selbstverständlich habe ich aber einen Reparaturversuch gestartet. Bei mir waren die hinteren Pins verbogen, das konnte ich aber nur mit einer Lupe und einer Taschenlampe wirklich richtig sehen. Es war hier aber auch nicht möglich mit einer Pinzette die hinteren Pins zu erreichen, weil die Führungspins, die vorderen, die verdecken das quasi. Also Zeit, das Ding mal aufzuschrauben. Wenn du ein Gerät aufschraubst, dann erstelle generell Fotos oder Zeichnungen und Notizen von diesem Prozess, denn sonst kriegst du das nachher nicht mehr zusammen. Dokumentiere vor allem, wohin die Schrauben gehören. Bei der Lumix G81 hier, da ist es so, da gibt es sechs verschiedene oder mehrere Schrauben, verschiedene Gewinde, verschiedene Längen, die in verschiedene Löcher kommen. Also wenn ich mir das nicht aufgeschrieben hätte, dann hätte ich das so nie wieder zusammenbekommen. Den SD-Slot, den haben wir jetzt freigelegt und es gibt insgesamt sechs Stellen, an denen der mit der Platine verbunden ist. Zwei hinten, zwei rechts, zwei links. Aber das Problem ist, dass diese Stellen eventuell geklebt sein könnten. Ausgelötet habe ich das nicht bekommen. Außerdem ist das Cover auch noch verankert und müsste über die seiligen Plastikpins hinausgeschoben werden. Das sieht jetzt zumindest so aus. Der Versuch hier mit dem Feinlötkolben irgendwas auszulöten war ein absoluter Reinfall. Vermutlich ist der SD-Slot hier ohne großflächige Heißluftlötstation auch nicht auszulöten. Das vermute ich jetzt zumindest. Aber ich bin beim Löten auch kein Experte. Kennst du dich besser aus? Schreib gerne einen sachlichen Kommentar unter das Video. Der hilft uns dann allen weiter. Das Cover hat oben allerdings einen offenen Bereich und ich habe jetzt einen Pin ausmachen können, der verbogen war. Mit meiner kleinen Pinzette und viel Geduld konnte ich diesen Pin wieder begradigen. Alles wieder zusammengebaut, Speicherkarte eingelegt, anschalten, selber Fehler, verdammte Sch***. Eine letzte Idee hatte ich dann allerdings noch. Ich habe dann eine alte Speicherkarte eingelegt, 8 GB nur mit 30 MB pro Sekunde und die wird tatsächlich erkannt. Ich kann jetzt wieder Filmen und Fotos aufnehmen. Was ist da los? Ich habe die große Speicherkarte wieder eingelegt, eine hier mit Adapter. Die gehen halt nicht. Ich kann mir das nur so erklären, dass hier einer der Data Pins, da gibt es mehrere von, dass der bei den größeren Speicherkarten genutzt wird und bei der kleineren halt nicht und dass die jetzt deswegen noch geht. Das ist aber nur eine Vermutung. Ich kann mir das wirklich nicht anders erklären. So ein SD Slot lässt sich also nicht ohne weiteres auslöten und ich habe hier einen Feinlötkolben. Ich kann auch löten, so ist es nicht. Aber das ist dann halt doch komplizierter, als ich mir das wirklich vorgestellt habe. Und der Reparaturversuch, der ist an sich somit gescheitert. Jetzt muss ich allerdings sagen, SD Slots sind halt Verschleißteile und die gehen auch öfter kaputt. Das seht ihr, wenn ihr im Internet googelt. Und das ist so, man könnte das eigentlich besser regeln, finde ich, indem man den SD Slot mit einem Connector an der Platine verbindet, also separat als Teil. Dann könnte man den nämlich ganz einfach auslöten. Und es ist nicht so, dass das niemand macht. Ich habe durch Zufall eine Reparaturanleitung von Nintendo Switch mal durchgelesen. Und beim Switch, da haben die das tatsächlich so gemacht. Das heißt, man kann diesen Slot beim Switch für 10 Euro nachkaufen, abstecken, quasi aufschrauben, abstecken und wieder anstecken. Hat das Ding repariert. Also da könnten sich die anderen Hersteller mal alle den Schreiber abschneiden. Das sollte man flächendeckend so einführen, finde ich zumindest so. Was hältst du davon? Was denkst du? Schreib es doch in die Kommentare. Ich bin raus und wir sehen uns dann im nächsten Video.